Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen hiermit sagen, dass dieses Match noch in dieser Woche ausgetragen wird und da es bereits zu einem Streetfight eskaliert war, jetzt vor der Pause wieder, es ist eine solche Härte in diese Kämpfe zwischen Tony St. Clair und Mr. Fittmitte wieder reingekommen, dass beim kommenden Match noch in dieser Woche, wie gesagt, Gitter aufgestellt werden, Stahlgitter zwischen den Zuschauern und den Kämpferndern. Das ist es. Und es geht damit um eine Geldprämie für 2000 D-Mark bis zur absoluten Entscheidung. Ist das all right, Tony? Okay, meine Damen und Herren, bitte informieren Sie sich immer wieder, informieren Sie sich immer wieder über die Wildzeitung oder die Hotline mit der Telefonnummer der Stadtwahl 3505 und der Durchwahl 300. Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG 15th UNTERTITELUNG human UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Hähne, 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 Hähne! Hähne, 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 Hähne! Ja! Nächster! 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 Í trends in angels! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020